In dieser Episode geht es darum, euch die eierlegende Wollmilchsau in Sachen Castrote vorzustellen. Mit 7 bis 21 Gramm Wurfgewicht kann man eine Menge machen. Nämlich all das schmeißen, was ich euch jetzt zeigen werde. Fisch. Super Hes für den Polder. Mach die Schnur locker. Deine Mutter macht die Schnur locker. Alter, Alter. Die Schweizer. Eierlegende Wollmilchsau, die muss viel können. Und diese Routen können sehr viel. Wenn man sich die ganzen Barschalarmfolgen anguckt, die mit den Castrouten, dann ist ein Routentyp besonders prominent vertreten. Und das sind Routen aus der M-Klasse. M-Klasse, das heißt bei Shimano, 7 bis 21 Gramm. Mit 7 bis 21 Gramm Wurfgewicht kann man eine Menge machen. Nämlich all das schmeißen, was ich euch jetzt zeigen werde. Und noch viel mehr. Zu diesem Routentyp habe ich ein ganz besonderes Verhältnis. Einerseits liebe ich sie, weil man so viel mit ihnen machen kann. Andererseits habe ich eine Tendenz, die Dinger zu versenken oder mir zerbrechen zu lassen. Die erste M-Klasse, eine Adrena 166M, eine einteilige Traumroute, habe ich versenkt. Oder beziehungsweise ist mir aus einem Routenhalter raus vibriert auf dem Lake Kasper über 15 Metern. Bei Fahrt über den Ententeich muss es so vibriert haben. Diese langen Routenhalter, wo man das Ding reinsteckt, stand einer auf dem Dach. Auf einmal lässt es einen Schlag hinter mir. Ich sehe, wie meine Rute über die Bordwand kippt. Sie winkt noch einmal fröhlich und verabschiedet sich auf ein Immerwiedersehen. Danach braucht man nichts zu suchen. Also klar haben wir es gemacht, aber es ist einfach utopisch. Da war auch noch ein bisschen Strömung. Die war verloren. Die nächste M-Klasse war eine X-Brite. Ich glaube 168M, auch eine einteilige Traumroute. Wie die andere auch mit einer Kornarch ausgestattet. Richtig geiles Geschütz. Da war ich mit dem Veit auf dem Krummsee. Und er mit, es war April, Barschangeln. Er mit dem Ballyboot und er hat mir sein Futterboot gegeben. Vom Karpfenangeln und mich da reingepfercht mit noch einer BFS-Kombo, mit einer Kamera, mit Ködern. Und ich mit meinen langen Beinen, ja, ich bin größer als man denkt, 1,87. Saß dann da zwei Stunden drin, habe eh schon so ein bisschen mit Platzangst zu kämpfen. Und dann ging es irgendwie nicht mehr. Die Beine haben gekribbelt, alles war scheiße. Da habe ich mich hingestellt, ging eine halbe Stunde gut, bis zu dem Moment, wo ich von der BFS auf die M wechseln wollte, um größere Köder zu fischen. Und das Gleichgewicht verloren habe, ins Wasser gefallen bin, bei 7 Grad. Die BFS, an die habe ich mich geklammert, die habe ich retten können. Aber die M lag einfach mal drin. Das habe ich dann auf dem Shimano-Blog geschrieben, damals, einen kleinen Bericht. Daraufhin hat sich ein Taucher gemeldet. Mit dem bin ich da hin. Wir haben versucht, die M-Klasse rauszuholen, die X-Bright. Hat nicht geklappt. War zu kalt. Jedes Mal, wenn der mit den Flossen gewedelt hat, war er in der Wolke Schlamm drin. Hat nichts gesehen. Also mussten wir es abbrechen. Die Route liegt da immer noch. Wenn ihr also Lust auf eine M-Klasse habt, günstig, dann fahrt zum Krummsee und holt sie euch. Und dann meldet euch bei Instagram, weil dann gehen wir zusammen eine Runde fischen mit der Route. Die Rolle wird nicht mehr taugen. Die Route muss noch okay sein. Ja, und dann noch eine etwas günstigere Geschichte, weil die Rolle da geblieben ist. Ist in der Hechtfälle passiert. Da hat Stefan, ich denke, es war ein Akt der Sabotage. Hat Stefan, habe ich Stefan gefilmt, wie er ein bisschen ausgeworfen hat. Er schaut nicht nach hinten. Ich meine Route ein bisschen dumm gestellt. Route gebrochen. Spitze ab. Best one. Ich liebe sie. Oder ich habe sie geliebt. Best one. Kaputt. Schöner Wurf von Stefan jetzt. Immerhin ist die Route noch erhalten. Gut, ich habe sie quer ins Boot gelegt. Ich wollte gratis Sch*** filmen aufhören. Hätte ich es gemacht, hätte ich noch eine ganze Route. Oh, meine Sch***, die best one. Sie hat wirklich diese Route. Ist nicht super teuer. Aber sie macht so Spaß. Die hat wirklich so Spaß gemacht. War für heute genau die richtige Route. Aber ich kann dich trösten. Ich habe auch einen unheimlichen Schaden. Guck mal hier. Der Trost ist klein. Das ist noch schlimmer. Das war so schön mit dir. Ich weiß, dass er noch schlimmer kommt. Kann passieren. Sollte nicht passieren. Beim Auswerfen immer schön nach hinten gucken. Lieber Stefan. Das Gute ist, dass ich ein Faible für diesen Routentyp habe. Und dass ich noch zwei Modelle übrig habe. Beziehungsweise da kam was nach. Einerseits eine Zodias 1610M. Zwei. Zweigeteilt. Mittig. Und eine Poison Adrena. Ebenfalls 1610M. Eins steht für Casting bei Shimano. Sechs für die Fuß. Zehn für die Inch. Bedeutet, Gesamtlänge inzwischen kenne ich ein paar Maße. Gesamtlänge 2,8 Meter. Die Poison Adrena wiegt 105 Gramm. Die Zodias dank dieses Carbon Monocoques wiegt die 107 Gramm. Was unterscheidet die Routen? Die Poison ist erheblich teurer. Aber auch ein bisschen geiler. Hat eine bessere Rückmeldung. Ist ein bisschen steifer. Aber schon die Zodias spielt für mich absolut in der Oberklasse. Und wenn mich jemand fragt, was er sich kaufen soll als Einsteigerroute würde ich immer sagen kauf dir eine Zodias wenn du das Geld hast. Wenn nicht, dann kauf dir eine Bess One. Aber wenn du dir es leisten kannst kauf dir eine Zodias weil es ist eine Route an der wirst du auch dann noch Spaß haben wenn du ein richtiger Crack bist. So wie ich. Ja und jetzt gehen wir mal durch die Köder die wir mit diesen Routen feuern können. Und das dauert jetzt eine Weile weil wie gesagt wir haben es mit der eierlegenden Wollmilchsau zu tun wenn die alles kann. Außer super kleine Köder und sehr große Köder schmeißen. Aber das mittlere Wurfgewicht deckt die halt super ab. Weil Sommer ist gehen wir gleich mal in die Materie mit dem Popper. Popper und Baitcaster passt deshalb so gut weil die Dinger sehr kompakt sind wenig Luftwiderstand haben super fliegen und die Spitzenaktion meiner beiden Baitcast-Routen passt einfach super zum Poppern. Total geiles Gespann kann den Popper schön animieren schön schlagen und das habe ich auch schon ausgiebig gemacht zum Beispiel auf Sardinien auf Schwarzbarsch eine der edelsten Sachen die man mit dem Popper anstellen kann. Das war praktisch kein Riese aber ein schöner wie wir sagen. Johannes versenkst gleich die nächste M-Adrena. Du bist ja ein Spezialist drin in M-Routen versenken das war knapp Johannes. Das ist ein Fluch drauf dabei liebe ich die Dinger so und zum Poppern jetzt macht sie sich halt auch mega gut genau richtig um diese Dinger die so zwischen 8 und 15 Gramm wiegen zu führen macht so Spaß das ist ultra leicht wunderbar dicht über der Oberfläche führen am Boot und so den Popper sehr schön beschleunigen sehr sehr ist kein Carp aber was ähnlich geiles genau pünktlich zum regen und wo wir schon beim thema oberflächen fischen sind gehen wir gleich zum nächsten oberflächen köder zum nächsten topi nämlich den stick bait hier habe ich ein sami das glaube ich 110 glaube ich elf zentimeter lang wiegt so die 20 gramm damit reizt man das wurfgewicht schon aus macht aber gar nichts weil der der keinen widerstand da gibt es keine tauchschaufel da macht nichts druck der slide einfach über die wasseroberfläche den kann ich sehr gut mit meinen langen weltkasten relativ langen weltkasten werfen der fliegt ultra weit und was hat wirklich sehr schön ist wenn ich von oben nach unten arbeit mit der oben sitzenden rolle ist halt immer gut zum twitchen jerken walking the dog action machen für alle köder animationen die ich von oben nach unten aus für kleinen zupfern machen sich weltkasten einfach super die twitch belts die ihr mit einer m klasse fischt müssen schon ein bisschen größer sein ideal ist sowas hier wie der ein shallow assassin von shimano länge 9,9 cm gewicht 14 gramm genau geil mit der kleinen tauchschaufel auch lässt sich super schön animieren fliegt brutal gut und fängt auch sehr schön ist eigentlich ein wolfsbarsch köder funktioniert aber auch super auf barsch ihr seht dieses feature da oder diese diese platte so ein geniales ding kann man gar nicht stoppen diesen diese vibration der arbeitet und gaukelt den fischen auch im stillstand was lebendiges vor taucht nicht tief genau geil um seerosenfelder die kanten zu beangeln oder über kraut oder halt im flachwasser oder auf fische die im oberflächenbereich aktiv sind vielleicht unter irgendwelchen laubenschwärmen also wenn ihr twitch baits mit der baitcaster mit der m-klasse fischen wollt dann müssen sie schon ein bisschen was wiegen warum eine baitcaster für twitch baits super ist brauche ich eigentlich nicht mehr zu sagen oder ich mache es trotzdem der köder fliegt der schnur voraus die schnur wird linear von der rolle gezogen dadurch kann sich der köder nicht in die schnur wickeln und es kommt ganz selten dazu dass mal der köder beim antwitschen beim ersten schon in der schnur hängt was mit der stationär rolle halt ab und zu mal vorkommt und dann auch wieder die köder führung von oben nach unten macht es einfach mit einer baitcaster viel mehr spaß da knickt man nicht so weit ab mit dem handgelenk ist sehr schonend und in dem zusammenhang empfehle ich euch aber das dazu kommt später noch auf jeden fall mit mono oder flu carbone zu angeln wenn er mit mono angelt dann mit einer mit wenig dehnung ja und wenn wir schon bei mono und hard baits sind dann muss natürlich auch der crankbait her also auch kranks könnt ihr mit der m-klasse sehr gut werfen schielt er etwa ich glaube er schielt ein bisschen auch da empfehle ich euch diese 16 10 länge die 2 meter 8 sorgen einfach für mehr wurfweite und für bessere anhiebe auf längere distanz beziehungsweise könnt ihr auch die routenspitze weiter ins wasser tunken um so ein bisschen lauftiefe zu gewinnen das köder spektrum das crank spektrum ist dann wirklich so von 8 bis sage ich mal 15 16 gramm viel mehr sollte man der m nicht zumuten weil die haben ja schon viel einzugwiderstand und wir brauchen ja noch ein bisschen bisschen power bisschen routen power die soll nicht ganz schon durchgebogen sein damit sich die fische auch noch schön haken dass die schön mit gehen kann wenn der fisch kommt dann fehlt ihr eigentlich nur noch ein hardbay typ nämlich eher hier der lipless geht natürlich auch sehr gut mit der m-klasse warum in flugwunder lässt sich sehr weit werfen mit der baitcaster sehr kompakt wunderschön auch für einsteiger geeignet der da ist eh obergeil weiß gerade gar nicht wie er heißt ich weiß nur dass er von shimano ist aber alle köder die ich hier zeige werden in der beschreibung aufgeführt im übrigen mache ich das immer also schaut bitte in die beschreibung rein wenn euch das material interessiert sehr beliebt nicht nur bei mir inzwischen der chatterbait der chatterbait macht furore und der chatterbait und die m-klasse sind wie füreinander gemacht zumindest chatterbaits im bereich von der wiegt glaube ich dreieinhalb gramm allerdings ausreizen sollte man das nicht erstens wie gesagt der jig ist das was angegeben wird ihr müsst dazu rechnen dass da noch der trailer also gummi kommt und die blade und die franzen also da kommt schon ein bisschen was zusammen und ein chatterbait hat einen großen einzugwiderstand und soll ja auch noch inhaliert werden können und wenn die route schon unter vollem zug ist und der fisch nicht noch mal ein bisschen rutenspitze nehmen kann dann kommt es zu fehlbissen und die routen sind halt auch überlastet einfach mal mit 20 gramm ich habe einen sehr sehr schönen fisch gefangen auf einem chatterbait den ihr noch nicht gesehen habt und zwar war ich da im januar in holland waren wir ein bisschen poldern und dann war ich an so einer brücke gestanden ich habe zwei würfe unter die brücke gemacht nichts passiert gedacht okay gehst du mal auf die brücke und schaust dir das ganze system mal von oben an dann komme ich auf die brücke schaue nach unten und sehe ein hecht wegspurten einen großen und eine schlammwolke hinterlassen habe ich natürlich gekotzt weil ich gedacht habe okay den hättest du vielleicht mit zwei weiteren würfen echt haben können da riesen hecht weggeschwommen riesen hecht das ware kerzen gerade siehst du die schlammwolke riesen hecht gerade geflohen die schlammwolke habe gesehen dass der so nach vorne geflohen ist und bin dann klugerweise mein mitanglern voraus gelaufen und ich glaube 20 meter später oder sowas hat's bling gemacht dann hing das ding ist halt dieses brutale wetter kein wind fisch 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 auch schöner großer fisch oh geil geile scheiße großer guter also für ein polder richtig guter fisch super recht für ein polder ja deine mutter macht die schnur locker der fisch hat unter der brücke auf mich gewartet und hier nochmal für den war unser casher ein bisschen bisschen klein kennt ihr das gewurschtel oder das letzte harte teil was ich euch vorstellen will als top köder für die m klasse ist dieser wahnsinnige spin-jig spinner oder wie er sie immer auch nennen wollt es handelt sich hier um ein modell von norris für mich der beste seine art relativ wenig widerstand zupfwiderstand durch die lange form des blattes relativ großes ding für große fische genialer barsch köder 12 gramm wurfgewicht haben wir noch schön puffer fliegt mega weit schön kompakt lässt sich sogar gegen den wind schmeißen ein traum köder für badcast einsteiger so dann wird es zeit ein bisschen softer zu werden und zwar fangen wir mal an mit was wo ich immer richtig spaß dran habe nämlich mit dem angeln mit rubber chicks rubber chicks sind für mich die dick barsch köder nummer eins und naja nicht nummer eins aber im winter sind so eine echte waffe und sie sortieren auch wirklich ganz oft unter kleinbarschen die dicken barsche raus und können eben sehr große barsche fangen ist einfach war brauchte gar nicht so blöd zu glotzen es stimmt was der fahrt die sagt stimmt immer und das kann ich auch beweisen unter vielen fischen habe ich mit meiner zodias m wie sie hier ist also mit einer anderen rolle dazu kommen wir auch gleich einen 50er barsch rausgefangen einziger bis des tages krasser bis auf den rubber chick kite ich mit einem crazy flapper green pumpkin chartreuse wie so oft was sehr feines es ist ein richtig dicker barsch hier schau mal so geil die neue zoni ist eingeweiht mit diesem brutalen endgeschütz geschützt auf den rubber chick Leute ich kann euch nicht sagen wie krass ich mich über diesen barsch freue original der fuffi so geil jetzt kann man auch ans telefon gehen alles ist gut es könnte sogar dieser hier sein gewesen sein aber ich glaube er war größer ich bin mir nicht sicher auf jeden fall rubber chick großer barsch und m klasse das ist ein ding warum rubber chicks mit der badcaster erstens das schleifen ist voll schön wenn ich den ganz langsam den schleift man ja ganz langsam manchmal über den grund funktioniert super mit der oben liegenden rolle kleine hüpfer funktionieren schön und man muss es sagen und das hier ist us-style angeln und us-style angeln ist einfach badcaster vermisst daran wer rubbert der muss auch kass der nächste prädestinierte für die m klasse prädestinierte softie ist ein in dem fall grabster die hummel an einem anders bin 10 gramm anders bin von norris ein tödliches gespannt wirft sich halt super schön kompakt auch einfach durch kurbeln oder chicken fängt oft viele viele barsche fängt oft mehr auf jeden fall als wenn ihr ohne das spinnerblättchen fisch das läuft dann da unten macht schön noch zusätzlich druck auf jeden fall lichtreflexe druckwelle vibrationen barsch was willst du mehr und hecht auch also auch gehen immer mit stadt mit stahlvorfach fischen in der kombination hier schätze ich mal knapp 15 gramm vielleicht 14 gramm schwer sehr geil zu fischen wie alle leierköder sehr gut mit badcaster zu fischen sind macht einfach mega spaß apropos leierköder durch kurbeln können wir natürlich auch gummi fische sehr schönes kurbelgummi easy scheiner kann man auch viel leichter noch fischen habe ich da hinten montiert ja auch sowas kann mit der m klasse schon schmeißen der jig wiegt ich glaube dreieinhalb gramm der köder dann auch noch mal bestimmt vier gramm ist ein viereinhalb inch easy scheiner wunderbares geschützt zum leiern im ganz flachen wasser unteres wurfgewicht spektrum der m klasse aber machbar aber natürlich kann man auch ganz normal zehn gramm fünf inch problemlos chicken fisch geiler live bis perfekt so jetzt das ist ein barsch so jetzt haben wir einen schönen barsch live Kamerafrau Kathi hat es direkt erwischt sehr gut eine gelungene kooperation von Kathi und mir exakt einwurf hat es gedauert gerade gebeten noch ein paar close ups zu drehen rollen und so weiter dass die Kater auch schön Schnittmaterial haben dann kommt der barsch perfekt super was auch sehr gut funktioniert mit der m klasse ist einfach das angeln mit der tschewo raschka gern auch ein bisschen größer zum zander fischen oder zum angeln auf große barsche hier mit so einer hummel dran 12 gramm tangsten tschewo lässt sich super feuern oder eben auch dann mit einem ich habe es gerade nicht montiert dabei aber was auch sehr gut funktioniert ist dann einfach die tschewo mit einem viereinhalber swing impact so erster wurf tschewo raschka ich hatte schon bis wirklich da hängt erster wurf erster wurf leute wie geil warte warte die tschewo raschka read warte tschewo raschka wie geil warte Dann seht ihr im Hintergrund die Gefahr, der Broll nähert sich an. Schnell fertig machen. Also, oder ab nach Sardinien zum Angeln mit Softjurks auf Schwarzbarsch. Softjurk, Weighted Hook, macht insgesamt, ihr müsst immer auch das Gewicht des Gummis mitberechnen. Die Softjurks, also hier die Shared Impacts, haben schon ein bisschen Gewicht, fliegen sehr gut, sind kompakt, haben kein Paddel. Das läuft super mit der Baitcaster. Da gehen schon Vierer gut und was noch super viel besser fliegt, sind halt dann solche Teile hier. Der wiegt noch ein bisschen mehr, also 5 Inch und die M-Klasse als Softjurk. Ein Traumkombination. Wenn ihr da auch Schwarzbarsche habt, gibt's kein Halten mehr. Der kam hier an dem Baum, und zwar kam der Köder auf, einen Meter neben dem Fisch. Auf einmal war die Rute krumm, voll drauf zugeballert. Ja, dann habe ich ja neulich bewiesen, dass man, also was heißt bewiesen, gezeigt, dass man mega überbleibt mit der M-Klasse vertikal auf Dorsche angeln kann. Mit 40 Gramm, weil man sie ja einfach nur runterlassen muss, geht super, ist nacht mega Bock und auch ganz viel Spaß. Da hat er schon beim runterlassen geklappert, da hat er es schon beim runterlassen geklappert. Der ist besser, etwas besser, auch kein Riese. Aber an diesen leichten Ruten macht das natürlich tierisch Spaß. Jetzt! Hast du gesehen, von Amt zu Uwe? Ah, das Schnell naht nochmal. Sehr kleiner Dorsch. Jetzt nochmal ganz kurz zur Rollenbestückung. Stellt sich ja die Frage, was für Rollen kann man auf so eine M-Klasse draufschrauben? Ich empfehle Rollengrößen von 51, 71, 101 und 151. Die 51er, hier die Aldebaran MGL, die empfehle ich, wenn ihr mit Softjurks und Twitchbaits und vielleicht auch mit kleineren Cranks das untere Spektrum des Wurfgewichtsspektrums anfischen wollt, schwerpunktmäßig bedienen wollt. Und die 151er, wenn ihr den oberen Bereich des Wurfgewichtsspektrums anfischen wollt. Wobei diese 151er SLXXT so gutmütig ist, dass ihr mit der auch niedrige Gewichte gut schmeißen könnt mit der M-Klasse. Die hatte ich jetzt zum Beispiel zum Dorschangeln drauf oder eben zum Angeln mit dem Rubberjack. Die 71er, die ist nicht ganz so leichtläufig wie die Aldebaran, aber ist auch eine wunderschöne Rolle. Sehr gutmütig. Mit der kann man auch schon die kleinen Chatterbaits dann schmeißen, also diese 3,5 Gramm Dinger oder eben auch Softjurks und alles andere auch machen. Und dann haben wir halt hier noch eine Curado DC, ist auch eine 151er Größe. Und wenn es ganz edel werden soll und ihr wirklich eine Adrena mit einer Edelrolle bestücken wollt, dann kommt eigentlich nur die Methanium DC in Frage. 101er Größe, schön leicht, trotz DC und eben absolut genial im Geräusch. Ihr seht, auf den meisten meiner Rollen ist Geflecht drauf. Geflecht ist einfach universal, aber zum Twitschen ist für mich eine dehnungsarme Mono oder Fluorocarbon einfach das Beste. Auch zum Crankbait-Angeln, zum Twitschen, damit die Schläge nicht so auf meinen Arm gehen, weil die Mono die Vibration ein bisschen rausnimmt. Zumindest also bei mir halt das, was bei mir ankommt über die Route. Und weil die Dehnung einfach eine bessere Biss-Verwertung verspricht. So viel zur Theorie. Jetzt twitsche ich noch ein M-Barsch raus, würde ich sagen. Und vielleicht wird es auch ein S-Barsch auf die M-Klasse. Ja, ich wünsche euch, dass ihr so ein bisschen was rausziehen konntet. Wünsche euch viel Spaß, wenn ihr ans Wasser stürmt mit eurer M-Klasse. Schreibt mal in die Kommentare, für was ihr so verwendet. Vielleicht habe ich was vergessen, kann es mir nicht vorstellen, aber könnte ja sein. Bis zum nächsten Mal, tschüss, ciao. Boah, f***, das war kein schlechter. Ja, nein. Das sind Spray-Verhältnisse. Okay, dafür haben wir die M-Klasse. Ich habe es ja gesagt. Also bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.